Moin YouTube, im heutigen Video spiele ich den Konzelcup, hab absolut geisteskrank gespielt und wurde am Ende von drei Konzelpros gekillt und hab die dann einfach, also die haben mich fullstream sniped, die haben meinen Stream gebeschaut und haben im Solocup gegen mich geteamt und die haben es einfach geschafft zu verlieren. Ihr seht das dann am Ende des Videos, absolut lustig, schaut euch das Video an und falls ihr mehr von Konzelcups haben wollt, schreibt das in die Kommentare. Ciao, ciao. Also Konzelspiele sind nochmal eine Nummer, Digga. Digga, Margo, ne, ich brech dir deine Nase gleich, ne, oder wie kann man sich so selbstsicher sein? Ey, ich hab, ich seh das zum ersten Mal, ne, also wirklich. Ich habe mich. Egal, also dass das fast geklappt hat, ne. das geht er jetzt nicht was habe ich getan was ich entfrieden er ist der beste spieler der welt wir müssen jetzt langsam raus campen wie viel platz zu haben ja 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 Okay, wird geklaut Echt, Junge, Digga Ey, diese Spiele, ne Diese Spiele macht mich so sauer, Digga Das Ding ist, ich hab halt dieses Dings, ne Kann halt einfach traden Das Ding ist, ich hab halt dieses Dings Okay. Okay, okay, okay. Sehr schön. Bin ich fett oder so? Ich muss die Sniper eben tun. Ich brauche einen Headshot-Sniper. Okay, sehr schön, Digga. Ja, genau darauf habe ich gespeechert. Ich glaube nicht, dass Island machbar ist in dieser Runde. Ich glaube auch nicht, dass die Leute das aufgeben werden. Ein bisschen knapp. Ein bisschen sehr knapp. Einmal W ist in den Jet, Digga. Let's fucking go. Ich bin einfach tot, ne? Ich fasse es nicht, Digga. Ich bin tot, ne? Ich bin tot. Hä, war es nicht gerade noch einsatzig, Digga? Bin ich komplett auf den Kopf gefallen? Ah ne, ich bin doch nicht tot. Alles gut. Oder also, hä? Ich könnte schwören, es war gerade noch einsatzig, Digga. Ey, Junge. Also die Leute, ne? Willst du mich jetzt kiehen? Willst du das wirklich antun, Bro? Ich werde nochmal... Ich werde zweimal hintereinander snipen, ne? Ich kann es nicht glauben. Ich wurde doppelsniped, ne? Fick da Huren, Alter. Digga, ich wurde doppelsniped. Ich habe sowas noch nie gesehen, ne? Digga, die Leute sind so dumm, ne? Ja, ich bin halt eh tot jetzt. Was soll ich machen? Ich bin halt eh Không. Die Leute sind auch nicht gesammt, ne? Däuche ich neue Geräusche leerom 한� freighter. Ich bin halt da. Ja, ich bin halt. Anmachen, die Leute, Nicolas, Was ist das? Let's go, Diggi. Fortnite Gaming, oh mein Gott. Get out of my game. Leckt meine Eier. Allesamt, ihr scheiß Wichser. Digger, my high. Ich own console high. Merkt euch das. Ich hole die Scheiße hier. Der Frog hat seine ganze Runde weg. Ich muss hier warten. Ich habe keine andere Wahl. Also es ist nicht mal so. Ich habe einfach keine andere Wahl. Ich habe keine Mads. Ich kann nicht raus. Digger, es ist halt wieder unglaublich, ne? Ich hatte Mistklick, Digger. Ich wusste sogar, was er machen will, ne? Ich glaube, das Ding ist, ich habe halt einen grauen Pump. Ich will, ihr wisst ganz genau, Digger, Auto-Shotgun und dann damit, Digger, Full-Krise. Oder ich weiß nicht, was der will von mir, ne? Also, im Ernst jetzt. Keiner guter Sohn, Digger. Digger, also all das, Digger, damit du stirbst, ne? Hast du gut gemacht, du Clown. Ey, der andere dippt jetzt. Der hat halt nix mehr was mit diesem P.I. zu tun, ne? Und jetzt dippt er mit dieser Dreckskarte. Oh, ey, fuckt mich das ab, ne? Das fragst du gerade wirklich den Falschen, ne? Ich verstehe es auch nicht genau, was hier los ist. Ich weiß nicht genau, was die Leute machen und was die Leute vorhaben, weil es irgendwie, es ergibt irgendwie keinen Sinn in meinem Gehirn. Boah, also wirklich, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Boah, es bleibt da in der Öffentlichkeit, Bruder. Er ist in der Öffentlichkeit. Unglaublich, ne? Es ist unglaublich, Digger. Also, no joke. Wer, 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 wer ich auf PC hätte, das glaube ich nicht mehr erwartet. Die Leute haben wirklich einen Schaden in diesen Lobbys, ne? Ich muss aber noch dümmer denken, glaube ich. Weil anders kann ich hier nicht überleben, Digger. Er hat meinen Stein weggemacht, ne? Er hat meinen Stein weggeschossen. Er wollte... Ich verstehe das. Ich glaube das einfach nicht, ne? Ich glaube das einfach nicht, Digger. Er schießt meinen Stein weg. Was hat das ihm jetzt gebracht, Digger? Wo ist die Medaille? Wo ist die Waffe? Egal, 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 egal. Egal, egal, egal. Weißt du was? No joke. Das brauchen wir. Die fucking Schildwürsche mitnehmen sollen. Die fucking Schildwürsche mitnehmen sollen. Die fucking Schildwürsche mitnehmen sollen. Es geht auf. Oh. 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 Das war's. Was sind die Odds, dass zwei Leute gleichzeitig reinspringen, Digga? Was ist das denn? Digga, ich muss warten, bis ich mir Bandys poppe anscheinend, Digga, weil Leute einfach reinspringen wollen. Was ist das denn? Ich geh nicht, weil ich geh nicht heute zum Volt, Digga. Ich, no joke, tu mir das nicht an. Ist mir egal. Okay. 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 Also irgendwie läuft die Runde gerade nicht so gut. Also wenn ich nicht so gleich irgendwie ein Comeback mache oder sowas, dann war's das halt. Bro, warum krieg ich die ganze Zeit Shots ab? Ja. 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 Das sieht gut aus. Ja. Ja. Was ist das? 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 Was ist das?